Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Haberakusai-Bubblick Aua! Ich meine, ja das musste ja kommen, oder? Oh, das muss so unglaublich schlimm weh tun, wenn dieses Ding da drin feststeckt und nicht mehr raus kann Ah, Juni! Alles ist dajubu! Alles ist da nicht warm. Ich komme genau auf dem den Internet. Ich schaue mich mal an, das ist hier nicht mega. So gehe ich das machen. Ja, nicht mehr, da muss ich mich machen. Ich hab mich auch mal an, dass ich mich nicht mehr rauskomme, Vielen Dank. Vielen Dank. So wie das geschunden wird. Oh nein. Schon wieder so viel Dreck und Schmutz. Was ist denn das eigentlich? Ist das Cholesterin oder? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Spaß haben hier. Kommt ja nie so vor. Ich habe ein gutes Gefühl, dass das nicht gut ist. Nephron. Was ist denn ein Nephron? Glomeruli. Was ist das? Nee, die haben wirklich ein Badehaus im Körper drin. Ich fasse es nicht. Ach. Die filtern das Blut. Okay. Das ist ja nicht sein erster Besucher. Nicht mit den Glomeruli flirten. Ach, das sind die Nieren. Okay, verstehe. Ja, ja, in den Nieren wird der gefiltert. Deswegen esse ich den. Weil ich das wahnsinnig eklig finde. Ja, vor allem der Urin. Das ist, nee. Das ist eigentlich drei Stunden lang hier durchspülen, bis du sie essen kannst. Die waschen euch. Ja, die filtern euch. Ist aber ein bisschen netter zu dünnen. Gut, aber in diesem Körper ist niemand nett. Alle sind immer total gestresst. Ja, wäre besser, wenn man zu denen ein bisschen netter wäre. Die ganze Arbeit, die die machen. Ja, das dauert bestimmt nicht mehr lang, bis der einen Herzinfarkt kriegt. Oder eine Thrombose. Oder beides auf einmal. Das siehst du in der anderen Serie gar nicht, weil der Körper so sauber ist. Auch die Blutzellen sind alle sauber und happy und wunderbar. Aber gibt es da eigentlich niemanden, der hier so an der Ecke mal aufkehrt und sauber macht? Oh, oh. Das ist bestimmt der Nierenstein. Ja, nein. Der steckt im Haarleiter fest. Aber wie entsteht das eigentlich? Sind das Ablagerungen? Oh. Ups. Es sind mehr als nur einer, ha? Oh, nein. Kristalle. Nee. Das ist sogar gerissen. Oh. Das muss wehtun. Du kannst nur mit mit OP entfernen. Anders geht das nicht, wenn so einer feststeckt. Ich weiß, dass kleine Steine ausgeschieden werden, aber die großen da musst du operiert werden. Oh. Oh Gott. Oh nein. Ach du meine Güte. Also heute ist ja wirklich... Ach du Schande. Mhm. Mhm. Ich würde das auf einen Devil setzen mit Geburtsschmerzen. Ach du meine Güte. Naja. Die können eh nichts vermachen, oder? Die können sich jammern, wie viel sie wollen. Die Musik erinnert mich an 28 Days Later. Ah. Kommt immer näher. Ja und nun? Ja. Ich kann noch vergessen, wenn das Ding einmal feststeckt. Oh ne, da will auch niemand drin enden. Ja. Ah ja. Lass mich raten. Ach, das ist so ne Kamera. Ja ja. Vom Arzt. Mhm. Ne, halt. Das ist um das Ding zu entfernen sogar. Stimmt. Ich dachte immer, die müssen operativ entfernt werden. Ich wusste nicht, dass man die mit so nem Gerät zerkleinern kann. Ah. Littropsi. Oh, das ist bestimmt unangenehm. Oh. Was macht denn die hier? Aber was machen die jetzt dort? Da ist doch nichts, was sie zerstören müssen, oder? Ach, mir stört es schon, wenn man da im Urin landet. Ja. Also es ist die Hälfte der Folge. Das heißt, da passiert bestimmt noch was. Oh oh. Was heißt, da sind Bakterien im Spiel. Okay. Was ist denn das? Sieht aus wie der Einäugige von Jujutsu Kaisang. Oh Gott. Ich glaube, wenn Destinieren erreicht dann tut das richtig weh. Oh. Oh. Das will man niemandem wünschen, sowas. Das ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Nierenentzündung. Aber wirklich. dieser Körper hat null Prozent Glück. Püellone Fütis. Sepsis. Okay, ja, dann ist es vorbei. Ach du Schande. Oh oh. Na, das ist kein Platz für euch. Okay. Oh nein, da sterben bestimmt wieder welche von denen. Ach je. Aber wie ich ihn kenne, hat er wieder irgendwas vor, oder? Also wenn nicht wieder ein Wunder von oben kommt, dann könnte das diesmal echt schlimm ausgehen. Der kriegt bestimmt wieder von außen Medikamente zugefügt, oder? Ja, komm, so wie langsam wie die laufen hier. Solche Sachen. Wir machen mal einen kleinen Spaziergang mit so den Nieren. Ja, man kann mit einer leben, aber warum setzen die für diesen Moment nicht die T-Zellen ein? Ich verstehe das nicht. Und dann meckern sie wieder, ja? Oh nein. Nein. Oh nein. Ach, das Schande. Wie bitte? Oh nein. Oh nein. Ist das wirklich hier ernst? Ja, aber wirklich, komm, was ist hier, emergency. Ne, er sagt ja einfach die Wahrheit. Ne, er sagt ja einfach die Wahrheit. Ich bin mir sicher, dass wieder von oben was kommt. Antibiotikum oder sonst was. Oh nein. Oh, die arme Oma. Erst der Opa in der einen Folge und jetzt die arme Oma. Kommt jetzt wieder diese große Makrophage. Hier kriegen die denn keine Verstärkung? Oh, das ist traurig. Oh, das ist ja schrecklich. Mann. Die begibt dir bestimmt das Kommando, oder? Das ist so typisch, so typisch Anime. Also macht weiter. Arbeitet weiter. Denkt nicht an mich. Lass mich zurück. Jetzt arbeiten sie bestimmt zehnmal so hart. Oh. 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 Ja, auf das habe ich gewartet, genau! Und wie heißt das auf Deutsch? Antibiotics! Ja, das habe ich mir gedacht. Dass sie gerettet werden am Schluss. Das passiert immer. Ach, wenn du dir überlegst, wenn es kein... Früher, als es kein Antibiotikum gab, sind die Leute an sowas gestorben. Kann es jetzt noch schlimmer werden, als in der heutigen Folge? Ich überlege, was könnte denn eigentlich jetzt noch kommen? Ich glaube, dass in irgendeiner Folge kriegt er auch noch Krebs. Also, das bräuchte wirklich noch feilen, ja. Oh ne, oder? Der harte Nierenstein, der wäre fast abgekratzt und jetzt trinkt er wieder. Wahrscheinlich zur Freude, dass er das überstanden hat. Das darf nicht wahr sein, oder? Er errichtet sich zugrunde! Ich bin entsetzt! Also, was kann denn noch kommen? Thrombose, Krebs, Herzinfarkt... Überlege, was kann noch kommen? Vielleicht Zahnschmerzen! Durch, dass er so viel Fastfood ist und so viel Alkohol trinkt. Durch, dass er so viel Alkohol trinkt ist und so viel Alkohol trinkt ist und so viel Alkohol trinkt ist und so viel Alkohol trinkt. Kaffee! Koffein! So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann gebt mir ein Like und dann bis zu sehen! Bye, bye!